Willkommen zu einer neuen Folge, Kirby und das Vergessene Land. Wir haben hier noch ganz viel zu machen, in der Schneewelt. Wir haben hier mal den Glübden-Stopfer-Schatz, den werden wir mal angehen. Leuchten und suchen. Ich bin hier noch ein bisschen zu machen, aber ich bin hier noch ein bisschen zu machen. Das war's für heute. Oh, ich kann hier hin. Oh, ich kann hier hin. falsch gelaufen sind. Hauptsache wir haben das Teil. Das ist ein Stern. So, Bleistiftbohrer-Schatz. Graben. Anspringen. Geht doch. Ist das komisch auch mit diesem Bleistift? Aber, naja. Hauptsache wir haben diesen Stein. Kims Krams I-Geschatz. Geht doch. Geht doch. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, wie geht's hier denn? Was ist immer möglich? Ist das schneller zu rollen oder zu laufen? Okay, mal gucken. Ob wir irgendwo was übersehen haben. Das können wir ja diesen Igel, äh ne, den Gelehrten fragen. Aber sieht jetzt nicht so aus, weil sonst würde der so ein blaues Zeichner haben. Die Narine waren wir auch noch nicht. So, Frostböenmeer. Oh, das ist ein kleines Weichner. So, das ist ein kleines Erwerb. Heiß Kölbe jetzt hier die Idee auch noch mal? Wo gehts hier hin? Okay, und eben was gehen soll hier auch ganz gut sein. Die Windgeschütze. 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 Ich kann jetzt die 3-Mail-Zeit noch vorher hin. Da muss ja immer noch eine Versteckte sein. Hier sind wir, ne? Sagen wir noch eine Versteckung. Aber vielleicht sogar eine Versteckung. Das ist eine Versteckung. Das ist eine Versteckung. Das ist ein Versteckung. Das ist ein Versteckung. So, ich habe auch noch 4 Rats, ne? Noch ein versteckter Wohldeel. Das war's für mich. Also die nächst bessere Variante zum Glück haben wir ja zum Glück bin ich gesprungen Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das war's. Das war's für heute. Tschüss. Beim Wurfstein war jetzt als einziger kein Dings dabei, ne? Wir gehen jetzt noch zurück zur Stadt. Wir haben nämlich eine Blaupause, die wir uns angucken wollen. Oh, und es hat was Neues aufgemacht. Also, machen wir erstmal das Upgrade. Okay, so is this cool or is this cool? Okay, schon heftig. Okay, das ist schon heftig. Alleine dieser Drachenflug. Dann beginnen wir mit der Schlacht auf der Blizzardbrücke. Sehr mysteriöses Intro. Okay. 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 Das ist doch mal. Das war's für heute. Okay, die gesuppte Kuriosen weg. Das können wir uns ja merken. Eine Ente, die wir so unterschreiben, ist auch mal was gewöhnliches. Oh, das ist das. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat ist. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat ist. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat ist. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat. Das war echt knapp. Eisbärd. Machen wir mal, später. Oh, wir gucken, ob hier ein zuverstecktes Plakat wird. Oh, Eisbeard-Eis, Eisbeard-Eis, Blaupau, oh mein Gott, ist das so voll. Oh mein Gott, ist das so voll. Da haben wir jetzt ja alle Woldies, ne? Oh mein Gott, ist das so voll. Okay, wir haben doch nie alle. Aber er hätte ja sein können. Auftritt des besten Königs, okay? Wir haben genug Woldies befreit, um den Boss-Fraum freizumachen. Also, das werden wir auch in der nächsten Folge machen. Deswegen wird das euch für noch Dautas und ablassen. Und scheint in die nächste Folge ein. Bis denn!